Wunderschönen guten Morgen an Tag 5. Wieder vom Rooftop des Hotels. Ein bisschen früher als gestern, weil heute geht es auf den Eilloch. Sprich, wir fahren mit einem der vielen Boote, die da auf dem Hafen liegen. Auf fünf Inseln, chillen da ein bisschen, schnorcheln, tauchen und heute Abend geht es noch zur Tau-Tour, zum Check-In. Schau, fängt gut. Wir gehen jetzt auf das Boot und zwar durchs Wasser, es ist High-Tide, ich bin gespannt. Aber so weit, Vorsicht, Seil. Pick-up-Service haben wir uns auch anders vorgestellt, aber es macht ja nichts. Ah, läuft alles. Morning, Sir. Hey, good morning. Oh, wow. 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 Thank you. Wow. 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 Ich habe mich gleich mal ganz nach vorne geschlichen, um ein bisschen was einzufangen von der schönen Natur. Erster Stop, Big Lagoon, zweitester Stop, Secret Lagoon, dann geht es weiter, drei, vier weitere Stops noch. Aber hier riecht es nicht so sehr nach Grillgut, grillen hier frischen Fisch später auf unserem Boot. Es werden hier noch fleißige Fotos gemacht, vorne am Bug, hier ist unser Tourguide, Besitzer des Bootes. Ja, und irgendwie ist heute nicht so gut das Wetter, es schauern leicht, aber... auch noch, dass ich mich noch nicht so gut das war. Und ich habe noch einen Fisch. Und ich habe noch einen Fisch. Und ich habe noch ein bisschen Angst, dass ich mich noch nicht so gut das war. Schauen wir mal, was die Blänge durchgeführt und die Kamera nichts abgeklickt hat durch die Kärse. Hi! Alright! Der Boden ist jetzt da draußen drauf. Die werden jetzt noch kausend Panoramen geschlossen bekommen. Ja, hier hinten auf dem Boot steht der Grill. Es wird gerade Fisch gegrillt. Die Jungs von der Crew essen schon mal was. War nicht mal so schlecht. Riecht hervorragend. Ich habe es mir mal live Wettbewerb ausgesucht. Der Käpt'n fährt uns schön entspannt. Wow! Gucken wir mal, wie viele Menschen an der Effekte sind. So, mit gefühlt Millionen anderen Menschen angekommen in der Lagune. Mitnäpfel ist ein guteres Ergebnis. Oh meine... Oh ja... Oh ja! Oh ja! Bis zum nächsten Mal. Es ist volles Wasser in der Linse, aber wir sind hier beim Stopp 2 angekommen und müssen jetzt hier auf der Rückseite der Insel warten, weil vorne ist so viel Wind. Ja, das haben sie uns alle ins Wasser geschickt. Die Hälfte des Bootes stümpelt hier im Wasser rum. Jetzt kommen hier noch ein, zwei andere Boote, die hier auch ins Wasser wollen. Naja, wir hängen hier jetzt ab und dann gibt es erstmal Mittagessen. Gehe ich davon aus, weil die haben hinten schon auf dem Boot frische Früchte geschnitten. Gucken wir mal, wie lange die GoPro noch durchfällt. Wasser ist auf jeden Fall in der Linse drin. Gucken wir mal, wie lange die GoPro noch durchfällt. Zurück im Hotel. Tau Briefing geschafft. War nur eine Viertelstunde zu spät, aber das macht ja nichts. War echt gut. Wird echt eine coole Tour. Wir gehen jetzt kurz duschen. Danach wird es was zu essen geben. Danach müssen wir noch einen großen Drybag kaufen. Neben dem großen Drybag kriegen wir dann noch alles Mögliche in den kleinen und mittleren Drybag rein. Ganz leicht verbrannt, habe ich mich... Who cares? Naun bis zum ersten Mal. Naun bis zum nächsten Mal. Naun bis zum nächsten Mal. Naun bis zum nächsten Mal. Wir rühren uns auf jeden Fall. Naun bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020